Das ist jetzt unser großer, der DL550, ansonsten ich mein Lieblingsgerät, der größte Radlader, den wir haben. Sie haben gesagt, das hier ist Ihr Lieblingsstück. Was macht es denn so besonders? Ja, wir haben viele Dinge, die dieses Gerät besonders macht. Wir haben, wie ich schon erwähnt hatte, hier auch keinen Rußpartikelfilter in Verwendung. Wir haben hier ein Fünfganggetriebe beispielsweise mit Wandlerüberbrückung. Sagt vielleicht nicht jeden was, aber diese Wandlerüberbrückung ermöglicht, dass wir mit dem Gerät erstmal 10% Sprit sparen und zum Zweiten an der Steigung das Doppelte an Geschwindigkeit erreichen. Das heißt, bergauf fährt der hier doppelt so schnell wie manch anderer? Das ist richtig. Das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal.